Warte, bin laut! Hi, wir fahren jetzt auf die Hemmermee. Es ist Samstag, wir haben halb 10. Wir gehen heute als Hermine und als... Dein Einsatz? Ja, hallo. Als Ron und Weasley. Wir sind ein bisschen im Stress und mein Arm zählt voll, weil die Kamera mega schwer ist, das merke ich gerade. Und ja, wir vloggen da ein bisschen. Ihr könnt euch es gerne angucken, wenn ihr wollt. Ihr wisst aber nicht. Bis Gott! Nein! Scheiß nicht! Verscheiß nicht! Bleib doch los! Alter! Einseitige Armnehmung! Mein Training prüfen! Sprich! Bitte springen Sie nicht! Jetzt springen Sie! Noch nicht springen! Noch nicht springen! Noch nicht springen! Noch nicht springen! Okay, jetzt! Wuhuuu! Ahhhh! Ich wusste! Oh, ich könnte so aufpacken! Keiner, kommt so auf! Ohhhh! 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 Ich kann nicht mehr mitmachen! Also, ich muss jetzt erstmal kurz was erwähnen und zwar sind wir drinnen, weil uns Leute einfach Karten geschenkt haben. Wir haben uns einfach Karten geschenkt. Vier Stück und jetzt sind wir rein. Voll cool! Ich freue mich gerade mega. Seid ihr glücklich, dass wir drinnen sind? Wir gehen jetzt zum Gamezroom! 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 Wir haben einfach fucking Sachen gewonnen und vielleicht auch eine Playstation 4, nur weil uns Leute ihre Tickets geschenkt haben, damit wir reingehen können. Was ist los? Was passiert jetzt? Wir haben einfach geschenkte Eintrittskarten, ich kacke immer nicht drauf. Leidergal. Wieso, wir bringen es mit. Ja. Ist mir egal. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Wir stehen am Preis und wir sind pünktlich. Aber Andi, unsere Homemade, die hat irgendwie die Fuhbahn vertrödelt und deswegen kommt sie in 10 Minuten. Ich könnte einfach zu meiner Schule laufen. Das ist glaube ich sogar schneller. Was? Du bist auch immer da. Hello. Wir sind da. Schaut mal wer wieder da ist, könnte ich noch gehen. Wir tanzen. Love like. Ja. Ich bin motiviert. Bist du motiviert? Ja. Nein, mittlerweile nicht. Hast du Motivation? Sie ist motiviert. Ich bin motiviert. Wir gehen nachher noch ein paar Sachen kaufen und dann fahren wir gegen Aktien und so viel zurück, damit wir auch heute noch irgendwo nach Hause kommen. Und es ist ganz cool, es ist aber warm, aber wir sitzen im Schatten und euer Statement zur... Ah was? Ah, okay. Warte, 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 warte. Hast du einen Steak mit Pazzo hinter der Kamera raus? Ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Seht ihr die Dinosaurier? Oh mein Gott, wer glaubt er das Bild ab? So sieht man beide. Ja, was geht da ab? Oh, da sind die Dinosaurier. Das ist Papa und das ist Mama. Und jetzt gehen sie weg. Meine Eltern habe ich verstoßt. Können wir mal bitte sagen, wie cool diese Tasche ist, mit diesen Anhängern, wie cool sie ist. Oh mein Gott, Leute, ich will sie haben. Boah, da ist jetzt ein Fleck, Alter. Ja klar, da ist jetzt ein Fleck. Was erwartest du denn? Boah. Der Kampf, der Perücke ist wieder da. Live am Ende. Wir fahren jetzt nach Hause auf Wiedersehen.